Okay, Nummer 1. Eat the frog first. Isst den Frosch zuerst, der dir im Hals stecken bleibt, die große Aufgabe, an die du denkst und dir gleich unwohl im Magen wird oder dich stresst und du weißt, das ist tatsächlich etwas, das sofort erledigt werden muss und das dauert vielleicht tatsächlich sogar 2-3 Stunden oder sogar mehr, um das zu erledigen. Aber wenn du das erledigt hast, dann wird der Rest des Tages oder der Woche schon viel leichter fallen, weil du nicht mehr diesen Groll im Magen hast und weißt, ah, das Wichtigste ist schon erledigt und die kleinen Dinge, für die habe ich jetzt immer noch genügend Zeit. Okay, Nummer 2. Never touch things twice. Fass niemals Dinge zweimal an, denn gerade so Beispiele wie E-Mail oder kleine Dinge, die du in die Hand nimmst und liest und denkst, ah, das soll ich auch noch erledigen, dann mach es sofort, weil jedes Mal, wenn du es nur anguckst und dann doch nicht erledigst und erst später wieder hervornimmst, dass wieder Zeit dir verloren geht. Oder wenn du beispielsweise etwas beginnst und nicht richtig fertig machst, gerade wenn es eine größere, wichtige Arbeit ist und du erst später wieder dazu kommst, dein Gehirn braucht wieder 10-15 Minuten, um wieder in diese wichtige Aufgabe hineinzukommen. Also mach es gleich richtig, fertig oder wenn du es siehst und du weißt, es braucht Zeit, dann plane es beispielsweise am nächsten oder übernächsten Tag, damit klar ist, wann du es erledigst und nicht viele, viele Dinge zweimal anfasst oder sogar beginnst zu Multitasken zwischen mehreren Dingen. So, und der letzte, dritte Punkt für dieses Video ist so banal und simpel. Eigentlich sollte er dir klar sein. Heißt, plan your days. Also plane deine Tage. Und es geht einfach darum, dass in vielen Berufen so viele Aufgaben und To-dos vorhanden sind, die man erledigen könnte und wenn man sich nicht klar ist am Anfang des Tages, was man bis am Ende des Tages erledigt haben will, dann kann es sein, dass man einfach unendlich arbeitet und am Schluss doch auch noch unzufrieden ist, obwohl man eigentlich viel erledigt hat. Und wenn du weißt, über diese Woche oder über diese Monate habe ich diese und diese Dinge zu tun, mehr oder weniger natürlich, man muss auch ein bisschen flexibel bleiben und Pufferzeiten in seiner Agenda haben, aber wenn du deine Aufgaben ein bisschen verteilst über die Woche und klare Zeitlimiten festlegst, beispielsweise für das verwende ich eine halbe Stunde, für das verwende ich drei Stunden und ich will wirklich nach drei Stunden fertig sein und ich will nach einer Stunde fertig sein oder ich habe um fünf, sechs Uhr abends das vor in meiner Freizeit, dann hast du einen bestimmten Anreiz, um wirklich zeitlich fertig zu werden. Und wenn du hingegen das Zeitfeind einfach offen lässt am nächsten Tag, dann kann es einfach sein, dass du wieder dort sitzt, es ist bereits 7, 8 Uhr und du bist immer noch nicht mit allem fertig. Dabei geht es einfach darum, dass du diese Dinge auch ein bisschen regelmäßig verteilst über diese Woche. Gut, das war es für heute. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg in eurem Beruf. Macht's gut, bis ein andermal. Ciao. Das war es für heute.